Hallo ihr Lieben, hier ist heute aus und zweisemal Katharina von der schönen Heldin. Die Walburga ist heute meine Regieassistent. Normalerweise bin ich die ominöse Regie hinter der Kamera und sagt hoch halten oder tief halten, aber ganz ganz viele von euch haben sich auch gewünscht, dass ich auch mal euch ein bisschen was zeige und heute habe ich mir mal überlegt, zeige ich euch, wie kann man jetzt so wie ich heute anhabe sehr modische, trendige Teile in seiner Garderobe gut kombinieren. Also möchte ich euch ein bisschen zeigen, wenn ihr euch ein modisches Teil anschafft, was ihr damit machen könnt. Also zum ersten habe ich hier diese wunderschöne Markane Strickhose an, aus dem neuen Thema. Das Tolle an dem Strick, der hat Gummi und ist wirklich bequem. Dazu gibt es, ich ziehe einmal hier meine Jacke aus, ich muss auf das Mikro aufpassen, einmal dieses schöne Top. Wer jetzt sagt, das Top ist mir ein bisschen zu nackig im Büro, der kann natürlich auch ein schönes Leinen-Shirt, hier ist es, das ist ein bisschen an der Taille tariert, dazu nehmen, wenn man sagt, das Top ist mir ein bisschen zu wenig. So, dann habe ich hier dazu diesen schönen Leinenbläser, dreiviertel Arm. Der ist auch super schön leicht, den schönen roten Bläser kann ich auch super hier vorne entweder mit dem Top oder auch mit einem anderen T-Shirt, mit einer schönen schwarzen Hose kombinieren. Also für alle, die eine schwarze Hose sowieso haben, ein schöner, farbiger Bläser dazu sieht immer gut aus. Dann kann ich natürlich auch, ganz witzig, den Bläser mal zur Jeans kombinieren, auch zusammen mit dem Top. Oder wenn es wirklich sommerlich sein soll und ich meine schöne weiße Hose mal kombinieren möchte, habe ich hier auch wieder einen schönen, lässigen Look, den kann ich im Büro anziehen. Ich bin nicht overdressed oder super schick, der Leinenbläser gibt so ein bisschen sportlich und legerer Stil. Ist auch so, der ist auch ein bisschen länger geschnitten, das ist ja dieser sehr trendige, aktuell so ganz leicht Oversize-Schnitt. Das heißt, der ist auch super schön, wenn ich ihn zu mache. Ich mache ihn mal gerade für euch zu, während ich den Knopf finde. Hier, wirklich ein schöner, lässiger Bläser, wo ich mich auch nicht eingeengt fühle, weil das Leinen auch nicht so viel Elektron hat. So, jetzt tausche ich hier einmal mein Mikro, ich hoffe das funktioniert. So. Und werde das hier einmal meine Hose tun und zeige euch einmal, es gibt nämlich sehr, sehr schöne, sehr leichte Sommerstrickjacken. Ich darf das einmal werfen. Ha! Wollte ich immer mal tun. Und zwar gibt es zu dieser schönen Hose, die hat sehr, sehr viele Farben, die könnt ihr super kombinieren. Hier ist ein schöner Orangeton drin, hier ist Schwarz drin, hier ist ein Cremeton drin. Wer möchte, hier ist auch ein schöner Rosaton drin. Und wenn man jetzt sagt, der Bläser ist mir einfach ein bisschen zu schick und ich möchte das Outfit lieber ein bisschen legerer stylen, dann kann ich dazu einfach so eine schöne, lässige, lange Strickjacke kombinieren. Die ist schön dünn. Das heißt, vor allem im Büro, die auch in der Klimaanlage sitzen und sagen, ohne Jacke ist mir zu kalt, so wie mir, ich friere immer, hat man hier ein wirklich schönes... Ah, ich soll noch das schöne Puffarm-Shirt zeigen. Hat man hier wirklich eine schöne Jacke und diesen schönen Vanilleton kann ich hierzu super kombinieren. Den kann ich aber auch zu vielen Sachen, die wir euch schon in den vorherigen Videos, in dem Vanille gezeigt haben, wieder tragen. Wer jetzt nicht so der Farbfreund ist und so der Schwarzliebhaber und sagt, so eine modische Hose mag ich doch lieber mit etwas Schlichterem kombinieren, gibt es die schönen Jacke, ich ziehe sie auch gerade einmal an, einmal noch in diesem schönen Schwarz, auch wieder schön dünn, lässig, macht das Outfit dann ein wenig ruhiger und dunkler. Wer jetzt sagt, ich mag nicht so hell. Dann ziehe ich jetzt einmal... Ne, das ziehe ich nicht an, das zeige ich euch aber. Wer jetzt sagt, er möchte kein rotes Oberteil, sondern möchte die Hose generell als Highlight rausstechen lassen, kann ich entweder den schönen Vanilleton dazu kombinieren mit der schönen Strickjacke. Das ist ein wunderschönes leichtes Stricktop hier mit so einem transparenten Puffärmchen. Sehr, sehr süß, auch gerade für alle Frauen, die eine tiefe Hüfte haben, macht es einfach ein bisschen mehr Schulter. Und gleicht das Ganze aus, also macht es sehr schöne Proportionen. Kann ich so einmal hierzu wunderbar kombinieren. Und wer jetzt sagt, ich mag aber doch lieber Schwarz und bin ein Schwarzliebhaber, kann die Hose natürlich auch schlicht mit Schwarz kombinieren. Dann hat man natürlich hier den Hingucker. Dann zeige ich euch einmal noch, da kriege ich meinen Bläser wieder. Die Western ziehen. Mein Bläser wieder. Schmuck. So, einmal meinen Bläser, den brauche ich gleich nämlich wieder. Und wer jetzt sagt, ich liebe wirklich auch schöne, modische, wirklich stylischer Look, ist hier einmal mit dieser schönen, was länger, oh, die ist noch ein bisschen eng, sehe ich gerade. So, hier kommt einmal der Stoff ein wenig raus. Habe ich hier noch einmal diese schöne, coole, lässige Leinenweste. Wie ihr seht, die ist hier vorne einmal bestickt. Dazu kann ich jetzt sagen, ich ziehe das coole rote Top und die Hose an. Sehr modisch, sehr stylisch. Wenn man jetzt sagt, ein kleines bisschen schlichter und nicht ganz so viel mit Muster, hat man hier mit der schönen Jeans, die hat hier hinten auch nochmal den gleichen spitzen Einsatz, den die Weste hier vorne hat, hat man dann einen wunderschönen, lässigen, clean, clean, Sommerlook, sehr clean, kann man natürlich auch ein schlichteres Shirt als rot drauf anziehen. So, dann, wozu kann ich meine modischen Sachen, beziehungsweise das stylische Teil noch anziehen? Ich nehme mir jetzt wieder hier den schönen Oversize-Bläser für euch. Und den kann ich natürlich auch mit einem anderen Shirt kombinieren, nämlich auch einmal so. Dann habe ich einen wunderschönen, fluffigen, farbigen Sommerlook, mache direkt Lust auf Urlaub, auf Strand. Kann ich natürlich auch noch ein bisschen heller machen, je nachdem, worauf ich gerade eben an dem Tag Lust habe. Und natürlich kann ich das auch noch nicht mit Bläser, sondern eben einfach richtig schön, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier meine Hände koordiniert bekomme, mit dieser schönen Jeansjacke zeigen. Jede von uns hat, glaube ich, mindestens eine gute Jeansjacke im Schrank. Wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr unbedingt euch eine anschaffen. Das ist ein super Allrounder für die Sommertage und generell auch so für den Übergang, wenn man mal einen Bläserersatz möchte oder auch nicht die Strickjacke anziehen möchte, ist die Jeansjacke mein Favorit. Habt ihr einmal mit Jeansjäckchen in Blau passend zum Glüschen einen schönen Sommerlook. Das ist dann jetzt einfach mit einer schönen modischen Highlightfarbe. Oder ihr könnt das Ganze, wenn ihr so ein bisschen Jeans-Alloverlook gerne mögt, natürlich auch einmal so kombinieren. Habt ihr dann einmal hier die schöne neue Basic-Jeans, die sitzen im Übrigen sehr gut. Noch einen schönen Look, der dann nicht ganz so modisch ist. Der hat eine schöne sommerliche Farbe, ein schönes Muster. Da habt ihr auch wieder ein schönes Highlightteil. Und natürlich hoffe ich, dass euch meine kleine Präsentation hier heute gefallen hat. Und da kommt einmal noch die Walburga dazu. Ich habe immer mein Mikro hier in die Mitte. Ja, und wie ihr seht, egal ob ich bei der schönen Heldin eine Kundin habe, die 29 ist oder 39, 49, 59, 69, wie auch immer. Es gibt für alle Frauen die richtige Farbe. Es gibt für alle Frauen schöne Looks, modische Looks, klassische Looks, extravagante Looks, edle Looks. In allen Varianten. Wir haben 16 verschiedene Stilrichtungen, die wir halt eben den Kundinnen auch anbieten. Und wir sehen hier, jung, modisch, stylisch, super. Also das kann ich jeden Tag, Katharina, jeden Tag hier bei der schönen Heldin selbstverständlich tragen. Und das trägt sie auch, weil wir sind ja Liebhaber von Farbe. Und das finde ich besonders schön, auch bei Frauen, wenn nicht alle graue Mäuse sind. Ihr Lieben, macht's gut. Vielen Dank, Katharina, für deine erste Präsentation. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert unseren Kanal. Und wir freuen uns natürlich auch. Wir haben nämlich noch unseren Outfit-Check ganz neu. Ah, genau. Und den könnt ihr euch jetzt kostenlos runterladen. Und wie geht das, Kathi? Der Link ist einmal hier im Video unter uns eingeblendet und unten auch in der Beschreibung für euch verliebt. Wie ich hier so stehe, passt der Bläser natürlich zu mir und dieser Bläser auch zu Kathi. Also wie ihr seht, könnt ihr sogar das miteinander kombinieren, wenn die Größe stimmt. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Ihr Lieben, schaut weiter zu und wir freuen uns auf jede Menge YouTube-Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Ihr Lieben, ich grüße euch, eure Walburga vom Fashion Talk Samstagmorgen.